Ja, guck mal da! Das ist die Vollförderung und da werden so kleine Fässer rein die müssen dann abends immer weggefahren gleich Die sind ja die blauen Fässer da und die überlaufen, dass das fällt Mehr fördern schon So, und jetzt werden wir ganz langsam fahren mit dem Stillmeer weil das bringt ja auch nichts wenn man daran halten muss um die Scheiben zu putzen So, jetzt haben wir hier für Kirchen Reiershof 28.04.2014 ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF, 2020